hallo und willkommen zu einer weiteren folge outlaws real talk ja wie ging es weiter irgendwo anders da sind wir von da sind wir doch vorne noch gut nein wir sind von draußen gekommen ja ganz am anfang standen wir doch auf der seite wo der fahrer hier stand oder nein das ist ein ganz anderes gebäude oh mein gott unprofessionell das war wirklich unprofessionell jetzt haben wir jetzt ein anderes gebäude wir haben schulderleid muchen sohn das ist man es ist nicht zu die kreis Das ist Alex! Assassin's Creed Revelation Ich glaube das ist das Creed Sicher? Also theoretisch könnten wir uns aber durchzwängen, dann da hochklettern und auf den hinterherlaufen Dann prügeln wir die Windel weich, lassen uns den Ausweg zeigen und dann... Oh, das ist eine gute Ressentierung Ne, eine Barrikade? Muss das sein? Ich befürchte Da ist einer Und der ist crazy Crazy Frog Ich glaube gleich musst du wieder gegen Leute kämpfen Also bist du also vor allem weglaufen, weil jetzt ab Schur keine nicht kämpfen Das ist ein Lappen Ciao! Nein, da passt dir nix Da ist nur einer gegen gelaufen Wisse Das ist super, jetzt ist der eine Typ weg Das ist super, jetzt ist der eine Typ weg Oh nee Warum muss der Fettsack wirklich überall sein? Das muss nicht unbedingt heißen, dass der Fettsack kommt Kann sein, muss aber Oh nein, das sind die Typ mit dem Messer Das sind die nackten Männer Es gibt noch andere Typen Oh Mann Batterie Batterie Also bald, bald, noch nicht, aber bald brauchen wir wieder Batterie Was machen die da eigentlich was, was ist das eigentlich mit der Maschine? Keine Ahnung Vielleicht ne alte Waschmaschine Nee, das ist die Tür, die gerade eben sich bewegt hat Ich hab ein gutes Gefühl Kannst du mal vielleicht gerade mal diese Ja, kannst du mal ganz schön nochmal bitte in die Waschmaschine rein gucken Ich hab dafür mal gehört wissen, was die da machen Hä? Da hast du geschrieben N-N-N-N-N Entschuldigung Das ist das Geräusch in der Maschine Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf Wenn der Wallrider erscheint Ich blinze und sehe atmosphärische Störungen oder etwas anderes Etwas glattes und dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht Mich mit Organen anstarrt Mit Organen anstarrt Die ich mir nie hätte vorstellen können Aber das Geräusch stammt aus der Maschine Es kommt von hinter der Wand Ich kenne es Ich glaub der dreht dann sich auch durch Der dreht dann sich auch durch Ich komm da her Also bald sind wir ja auch hier Patienten Und hinter oder was ist nichts Nein Das ist ein Prank Was passiert da? Warum nicht? Einfach random Die Musik Mache ich auch immer random gruselige Musik anschmeißen Used Beenden Ich denk Wiröl Wörter Obergefäß St St Absee was er will der Kettchen die Klamotten soll dies vor dem Möckel das war die falsche Möglichkeit wir können es nicht muss man dass man sich nicht mehr haben wir haben ich bin an uns hier in der Hand eine Sauberflüsse das ist vielleicht verrückt aber können auch trotzdem nicht und scheißen also nirgendwo gibt es hier was okay der fette ist umgefallen auf oberen Stockwerk liegt der fette rum und der ist dann einfach gestolpert oder so das ist so ein Erdbeben aus meine Sünderspende diese Batterie die ich das ist die schlimmste Batterie die es gibt da kommen ich habe keine Ahnung von wo wir kommen und von wo wir nicht kommen ja von da kommen ich bin der tägliche Orientierung gerade verloren so wie du gegangen bist ja von da kommen da kommen nicht hoch nein nein Batterien äh was zu lesen es war immer vor einer langen langer Zeit da gab es eine kurze Einführung der War Rider Mythologie viel Betreuerstab von MRD vom MDR Merkhof Corporation Hinweis nur für unterstützende schriftliche Zwecke nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet der Walrider auch als der Walrider Walrider auch als Alp Mara oder Schrad bekannt ist eine dämonische Kreatur Deutschland Ursprungs Welt wer die Schlafenden heimsucht äh meine Brustwassen kriegst du nicht aber ich kenne ich kenne das Mara ist auch ein Mädchenname es gab eine Mara in meiner Grundschule die das war ein War Rider das war ein War Rider oh shit oh shit also viele Batterien habe ich jetzt nicht mehr ah das war ich schon mal ok jetzt müssen wir da runter oder hoch oder da rechts jetzt rechts noch weiter wir sind da gerade auf ne da ist es so ein Ball oh mann wo ist der Decke mit den Kettenbänden wenn man braucht ich gehe lieber oben rum das ist so eine Killerphobie ja oben ist sicherer ich glaube aber da kannst du drüber springen ah ich schätze mal da geht es gar nicht unten weiter unten ist es nur dafür dass du wieder hoch kommst oh shit könnte ich mir vorlegen vielleicht ist der oben so eine Sack naja da geht es weiter ok ok so mal sehen brauchen wir eine Schlüssel oder nicht ne brauchen wir nicht ah weiter speichert ich gucke mal da hin aber da ist der Camp es ist so verwelten Leiser was können wir von den Stockwerken irgendwie rüber warum warte der Typ nicht einfach auf uns was richtig können wir nicht irgendwie oder warum geht der nicht mit uns mit ich meine manche von den insaßen respektieren glaube ich das müssen die nackten Männer oh nein weißt du wieder was passiert ich weiß nicht von wem wir hier verfolgt werden aber wir werden guck mal links der Schlüssel wir brauchen die Sicherung drei Stück leck mich doch leck mich doch leck mich doch leck mich doch oh man ich will jetzt nicht fürchte werden gleich verfolgt die die nägel eintreiben hat auch gesagt kreuz nägel Oh, fällst du mich da? Hallo? Warte Oh nein, guck mal Ja Nur mal so aus Sicherheitsgründen Ich stehe vorhin in der Raumwelt auch in der drinnen Oh, ne Was? Ja, wenn der einer drinnen wäre Würde ich jetzt hier nicht rauskommen Furchtbar Furchtbar Zufall Da liegt sie Die erste Umweg durch Mega-Masters Kommen die eh nicht durch Ich frage mich aber, wie wir gleich rennen müssen Was den ganzen Weg geht wieder in die Haupthalle zurück? Bin ich in der Haupthalle safe oder nicht? Die kommen da durch Ja? Ich glaub schon, dass die auch Die kommen auch Über Barrikaden kommen die alle durch Nur über diese Spalte kommt der Dicke nicht Ja Ähm Wenig Zeit Ich glaub Ich muss jetzt erstmal da das Ding wieder wegmachen Sonst haben wir, glaub ich, nichts, ne? Ne, nur Kerzen Können wir nicht irgendwie provisorisch Ob ich Molotos aus den Kerzen machen Keine Ahnung Und die Zündung Legen Können wir auch nicht aus irgendwas Das ist aber, wenn wir irgendwas craften könnten Irgendwie zwischen Fahrern gekarrt, machen wir aus Bomben oder sowas Mann, ich hab mir viel, aber ich würd's jetzt nicht riskieren jetzt so durch die Gänge zu laufen Ich würd' mir auch nicht glauben wollen Bisschen werken Bisschen werken Kannst jetzt nachladen Besser Aber diese Batterien sind eh fast wieder verbraucht Die sind jetzt so schnell weg Und dann macht die Tür zu und dann die, äh, die Barrikade da fortsetzt Ah, geh doch weiter Ah Du darfst ja eigentlich nicht durchkommen Du darfst ja eigentlich nicht durchkommen So, wenn ich jetzt irgendwie Also, wenn ich verfolge, aber ich würde das auch wieder verhaben Warte ich noch vier Minuten, dann bist du eh dran Ja, jetzt ist die Frage Wo rennt jetzt der Typ um? Überall Ich kenne die Wege nicht Scheiße Und dann kann ich wieder da raus Tschüss, ein bisschen kaputt Haben die alle irgendwie ein Problem damit, um die Klinke zu benutzen Ich glaub das ist nur ein verrückter Ding, ne? Nicht die Klinke zu benutzen Ich glaub das ist nur ein verrückter Ding, ne? Oh Mann, hier hat man echt wenig Platz, um zu sitzen zu machen Oh Mann, hier hat man echt wenig Platz, um zu sitzen zu machen Ja, ich weiß Ja, ich weiß Hallo? Jetzt mal im Ernst Weißt du bestimmt hier noch, wie's abging, oder? Ja Dann kann ich jetzt gleich sicher Pause machen Äh 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 Eins Äh Äh Bitte komm hier nicht rein Äh Ich glaub der Patronin geht noch nicht durch Ich geh durch den Wald. Ich geh mal gern was trinken. Ich weiß ja nicht wo ich da hin rennen muss. Dann rufen wir links hin. Ja ja, das ist schon klar. Aber ich weiß da nix und der Typ kommt und der wird mich killen. Fuck. Und jetzt hör ich mich auch noch hier alleine. Ich hab Lust. Hätte ich zuerst alle Sicherung holen sollen? Ne, das wäre so, dass es ungelockt ist. Ich hab da links. Vielleicht gibt es auch zwei Seiten, weil du brauchst ja drei Batterien. Äh, drei, ähm. Sicherung. Von da kommst du. Das links und nach rechts. Ohhhh. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Ist. Du kannst mich mal. Hier. Es wollt's. Oh nein. Kommt nach. Muss sein. Da ist er. Nein, ich sehe den nicht. Hey, ihr spielt Franken. 10. 10. Oh nein, der ist wieder. Du kleiner Schiss. 6. 5. 4. 3. 1 Minute vorher. Du bist dran. Nein. Du wirst jetzt wahrscheinlich etwa 19 oder 18 Minuten. Ah, du kleiner Schiss. Okay, dann mach ich das jetzt. Mach ich das jetzt. Ich will nur nicht drauf gehen. Ja, ach so. Das ist alles. Das ist alles nur für die Statistik. Ja, ich muss immer drauf gehen, gegen diesen fetten, ey. Okay, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao. Ciao. Ciao.